So, ach ja, wenn ich jetzt nicht auf Anfänger stehen hätte... Dann... Hätte ich schon Einheiten verloren. Diese Trainingsdinger sind übelst krass. Holy shit, wann sind die übel? Deswegen... Vor allem, ich kann jedem, der die Reihe zum ersten Mal spielt, auf Anfänger am besten. Hm? Gleich drei Neulinge? Aber du wirst nicht an meine Bogenschütze herankommen. Ich wusste es. Ich wusste es, dass ich mich nicht an meine Bogenschütze herankommen habe. Ich mag den Charakter nur jetzt schon. Ah, er ist ein Print. Na gut, an den Klamotten hätte man das vielleicht erkennen können. Die sind ja so ein bisschen vornehmer gekleidet. Also ist dein Titel Adliger, oder wie? Obwohl er ist Bogenschütze. Aber die Anzahl unserer Verbündeten steigt, ne? Ich weiß bald gar nicht mehr, wen ich einsetzen soll und wen nicht. Sprich, es wird passieren, dass wir vielleicht unterlevelt sind, weil wir jeden mal reinlassen. Ich weiß nicht, ob es sich nicht klar war. Aber wenn man auf dem Klamotten wäre, dann wäre es ein Problem mit den anderen anderen. Das war's für heute. Das ist das Land. Wie soll ich den Fehlern? Was ist das? Entschuldigung! Ich glaube, dass die Fehlern des Fehlern ist. Ich bin sicher, dass die Fehlern des Fehlern des Fehlern ist. Oh, danke. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung ... Ich versuchte der King ihrer Siehe, und er massiert. Entschuldigung? Sie sind wirklich glücklich? Natürlich! Ich bin lookím, und her es ist her. Na, ich bin ein Mann. Ich bin so glad, dass ich verschiedene Gäste sein … Ich habe diese Fähigkeit, so ich werde nicht More precon. Oh, ja ... Dann können wir uns auf die Brödiah-Konferenz anbieten. Bitte kommen Sie zu mir. Ich bin direkt auf die Granssul-Oberfläche. Wenn man hier über die Brödiah-Konferenz geht, dann ist es die Brödiah-Konferenz. Entschuldigung. Herr Schindler, Sie haben eine Angelegenheit für die Frau von Eiv-Konferenz. Aber wenn Sie die Brödiah-Konferenz zurückkehren wollen, ist das wirklich? Ja. Ich habe schon gesagt, dass die Erlschion-Pierre in den letzten Jahren die Erlschion-Pierre war. Ich bin versuchtert, bis ich ein Problem daran habe, sind das vielleicht nicht. Es gibt keine Säge dafür. Ich verstehe, dass ich die Säge dikları zu schnauieren hab. Ich sage zu mir, dass ich die Säge des Säge des Säge des Säge der Säge des Säge des Säge des Säge. Ich sage, dass ich die Säge des Säge der Säge des Rocks zu schnauieren. Ich bin sehr froh, als ich in meinem Mann. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein glückliches Freund. Ich bin sehr froh, wie ich mein Mann und bin. Ja, ich bin nicht zufrieden, als ich in meinem Mann sein will. Ich bin sehr froh, aber ich bin ein sehr schönes Mann. Und ich bin mir sehr froh. Das ist mir das, was ich. Wenn ich nicht so, dass ich... Ich habe gesehen. Das ist die Grandsul-Orohash. Heute gibt es viele Armeer. Nein, das ist... Das ist die Irrussion-Armeer. Die Armeer sind in der Irrussion-Gün. Wie ist das denn da im Hintergrund? Ist das Caching für Armeer? Verdammt, ist das denn englisch. Nein, natürlich die in ihrem Hintergrund. Ob man die vielleicht auch irgendwann rekrutieren kann? Obwohl die sind böse, also... Das glaube ich mir ja nicht. Das kann nicht so, dass ich dich nicht in ihrem Hintergrund. Er ist das, was ich, der Bordel-Anbrat. Obwohl sie sich nicht in den ganzen Weltkriegen. Er ist der Bordel-Anbrat. Der Bordel-Anbrat ist der Bordel-Anbrat, nicht wahr? Was? Ich habe gerade gesagt, dass es ein Bordel-Anbrat-Bordel ist. Ich weiß sehr, dass sich die Bordel-Anbrat und dasselbe. Ich liebe auch die Bordel-Anbrat. Ich habe das Bordel-Anbrat. Ich habe mich sehr interessiert für die Erde. Oh, das könnte vielleicht wirklich sein, dass wir die irgendwann bekommen. Oh, das könnte vielleicht sein. Oh, das könnte vielleicht sein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Alfred, obwohl vielleicht doch gegen Bender, aber wir haben eine Axt-Dame drin, finde ich eigentlich auch wichtig. Wie viele Lanzen haben wir drin, eine, wir haben nur eine Lanze drin, Bowenschütze haben wir eine, Magie haben wir zwei drin, naja, das ist Level 9. Komm, tun wir ihn mal rein. So, Position verändern. So, erstmal hier blau, blau, blau. An vorderster Front kämpft blau, das heißt, ich brauche auch wirklich mehr Axt. Hier unten einen, haben wir noch, ach stimmt, den anderen Axt-Typen haben wir gar nicht drin. Clan ist Level 9. Das wäre schon gut, zwei Axt-Typen zu haben. Oh, Lapis ist eine Schwertkämpferin. Moment mal, Lapis? Wo ist Lazuli? Gibt es auch noch Lazuli? Oh, ist die niedlich. Die erinnert mich an jemanden. Der Bogenschütze. Was denn, was der so drauf hat? Die drin. Ich glaube, die tausche ich dann irgendwann gegen Nina aus, gegen Clan. Team Waipu. Eindeutig, oder? Machen wir Team Waipu raus. Ja. Aber ich muss auch an die Typen denken. Also ich meine an die zum Beispiel Magier. Also von allen brauche ich circa zwei. Warte mal, wenn wir hier eine Magierin haben, ne? Dann kann ich auch Clan austauschen. Das Clan raus. Dafür in hier rein. Er ist immer eine gepanzerte Einheit. Ich will mal ein bisschen taktischer kämpfen. Ich darf da zumindest immer zwei blaue, zwei grüne und zwei rote drin haben. Rote haben wir aber nur eine. Das ist immer das Problem. Aber das wären dann circa sechs Charaktere und die andere müssen wir uns so... Ja, genau. Ist dann bestimmt die Schwester. Soviel ich heiße, sind der wahren Name von C-17 und C-18, Lapis und Lazuli. Wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht gibt es hier sowas auch. Oh! D extentawi cater an den Bärgen. vẫn nicht direkt an den Bärgen. Ht für ein Schiff domain. Genau hier? Jetzt wird ... unsere Unwärmung Uncle Ganze. Ich glaube sie sind schon sü. Und jetzt choose unser ninf currently wäre es compare nightsurs plataforma stack stress. also wir haben eine blaue da oben warte mal ich muss noch eine die stellen wir nicht an die fronten nicht an die front blau blau da unten haben wir magier und schwert ja okay let's go nur die sagen Okay. Ich bin ja bei den Gesprächen hier im Weg. Bin ich hier eigentlich richtig? Oder kann ich mich sogar auf die andere Seite wieder schwingen? Obwohl, da oben sind die Lebensanzeigen, wenn die attackieren, ne? Boah, guck mal, jetzt sind sie unsere Einheiten. Das ist ein Kerl? Das ist doch eine männliche Stimme. Ja, Entschuldigung. Hm, ja, das ist ja so. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so. Das ist ja auch der Urtencian, nicht wahr? Na, gehen wir, Goldmarie. Ja, Rosardo. Hortensia besiegen. Was? Die heißt Hortensia? Was sind das? Alles Pflanzen? Der eine Typ hieß Rosado. Das ist die Goldmarie? Das ist auch eine Pflanze. Ein Wimpernritter. Was? Die Felden? Wer weiß, vielleicht kommen die wirklich irgendwann in unser Team. Das ist ein männlicher Charakter, so wie es sich angehört hat. Was zur Hölle? Warum sehen manche männliche Charaktere momentan so weiblich aus? Was ist los mit denen? Was ist das? Was ist das? Was? Ohhhh Ohhhhhhh Dammit! wir haben auch nichts anderes als ne alter ich habe die glaube falsch aufgestellt die eine hätte da oben hingepasst die Anna obwohl sie hat auch noch eine Eisenachst die sind doch so komische Felder schmetterwaffen mächtige waffen wie klingen oder großlanzen fügen Gegnern Schmetterschaden zu und stoßen sie ein Feld zurück du kannst Gegnern den Status Bruch verfügen indem du sie gegen Einheiten oder andere hindern das irgendwie wenn du schmetterst feitig jetzt habe ich schon eine andere Einheit dahin geschickt diese Waffen sind jedoch schwer mit ihnen ist kein Folgeangriff möglich und der Gegner greift zuerst an wenn du den Kampf damit initiierst hier ist oh Gott der entschuldigt sich sogar bei den Feind ach der Typ ist so cool verdammt ich kann ihn nicht angreifen verdammt ich kann ihn nicht angreifen ich kann ihn nicht angreifen so ein bisschen vermisse ich aber schon die Fähigkeiten dass Magie zum Beispiel hier jetzt in Form von Büchern vorhanden ist zum Beispiel also die hat hier jetzt mit Donner und mit Feuer das ist ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ich muss sagen das level ist eigentlich hier bei den charakteren nicht so wichtig wichtig ist nämlich die wertesteigerung beim level ab weil ich möchte ja das level eigentlich wieder zurück wenn ich die aufsteigen lassen so den setze ich hier drauf Ich hoffe auf jeden Fall das war die milierung aber man Tomas Kommt heran! So, was passiert jetzt? Ja, oder? Was du? Deine Frau, was passiert jetzt? Ich bin... Moonshoosh! Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, warst du? Ich bin nur die Ahnung, Frau von Wen-Schaun-Schaun. Das ist die Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel-Kugel. Manche Gegner können Embleme im Kampf einsetzen. Die dunklen Embleme gehen zwar kein Bündnis mit ihnen ein, ermöglichen ihnen aber Bündnisangriffe. Ein Licht markiert Gegner, die einen Bündnisangriff ausführen können. Sei auf der Hut! Der Charakter kam mir bekannt vor, aber nicht mit der Haarfarbe. Ja, 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 war mir irgendwie klar, aber hat die nicht blaue Haare? Deswegen war ich verbirgt. Also normalerweise ist die immer bedrohung. Ja, das war das, was ich jetzt ja. Ob ich jetzt die eine Waffe nehme oder diese Scharpfschützen wird stärker. Das was eigentlich ich bei den Trainingscampen so bösartig finde, in Trainingscampen würden die alle in ihrer Gegnerrunde nach vorne preschen und wenn dann meine Einheit in deren Angriffsradius dann ist, greifen die meistens alle, greifen die alle einen Charakter an, ist er weg. Deswegen finde ich die Trainingskämpfe so hart, weil die können halt nicht so viele Angriffe aushalten. Wo auch nur einer in der Front zu stehen, war es das. Er ist ein Lord. Ich brauche auch ein Level. Mich irritiert, dass Anna so winzig ist. Ach scheiße, ich komme ja nicht daran vorbei oder kann ich das vernichten? Nur Fluge einhalten können darüber. Ich habe aber keine gerade Sachen. Muss ich da lang? Warte mal. Warte mal. Da ist ja noch eine. heißt ja, ich bin nicht schrightlich. Scheiße. Der Lord ist in deren Angriffsradius. Da kommen fliegende Einheiten. Wie gut, dass wir dafür unsere Bogenschützen haben. Nein, ich wollte doch... Egal. Boah, Alter, was? Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Boah, Alter. Das war's für heute. Feuermacht fertig Eisengroß, sagst du Scheine, schnapp Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's. Das war's für mich. Teleport Ragnar! Ach du Heilige, wenn ich da draufgehe, könnte ich... Dann greifen mich ja alle an! Nicht so eine geile Idee, ne? Dann greifen mich ja alle an! Egal, wenn der nur kommt, dann soll er doch kommen... Ne, ne, ich bleib lieber hier... Kommt! Und er schiebt zurück! Ja! 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 ich könnte sie jetzt schon fast hier auslöschen ich könnte hier voll rein teleportieren das lassen wir mal schön bleiben ich lasse die ich lasse die lieber kommen so nah wie möglich aber ohne dass sie gegen eine phaser die herrschaften wollen wohl nicht wie mit dem zauberbuch kommt dann an gedackelt gerade die will ich nicht andackeln lassen ich versuche noch näher ranzukommen 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 Ich glaube, die will gar nicht campen, oder? Ich werde dich nicht töten. Also komm, geh. Die zählt sich zurück, super. Natürlich sind jetzt alle auf mich gerichtet, vielleicht kriege ich die Augen auch noch auf andere. Ich liebe dich. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das sind ja auch Flug-Einheiten. Das war's. 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 Sina zurück. Los, sieh drinnen! Donnern wir hier eine. Oh, Anna. Also, sie darf anfangen, von daher. Ja, sieh! Na, so schnell kriegen wir sie wahrscheinlich auch nicht. Aber wir bekommen einen Meistersiegel. Wir können jemanden leveln. Also, aufsteigen lassen. Und Eti und Sigurd war wieder... Top! Und so lobe ich mir das. Da! 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 Vielen Dank.